Hallo zusammen. Wie ihr wisst, ist es leider aktuell für uns nicht möglich, in den Nachbarschaften unterwegs zu sein. Dabei ist für das Projekt Mobility gerade die beste Jahreszeit. Das Wetter wird schöner und die Menschen wollen vor die Tür. Vor einigen Wochen hat außerdem der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. In dieser Zeit können einige Gäste von uns keinen Tee mit uns trinken, was sie aber nie davon abgehalten hat, trotzdem zu kommen und mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben in dieser Zeit in den vergangenen Jahren immer sehr viel Gastfreundschaft erfahren und wurden auch zu vielen Ifterabenden eingeladen. Schon vor drei Jahren haben wir uns deswegen dazu entschlossen, ein interkulturelles und interreligiöses Fastenbrechen auszurichten, um etwas von der Gastfreundschaft zurückzugeben und diese für viele Menschen erfahrbar zu machen. 2017 starteten wir ungefähr mit 30 Leuten an einer langen Tafel auf dem Katernberger Markt. 2018 erwarteten wir schon einige Gäste mehr. Es kamen circa 160 Personen, doch das Wetter war so schlecht, dass wir leider nicht auf dem Markt bleiben konnten. Die evangelische Kirchengemeinde hat uns damals ein Obdach gegeben und wir konnten das muslimische Fest in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirchengemeinde Katernberg feiern. Im letzten Jahr spielte das Wetter dann mit und wir konnten einen unvergesslichen Abend auf dem Katernberger Markt verbringen. Mehr als 200 Menschen waren vor Ort und haben mit uns gemeinsam das interreligiöse Fest gefeiert. Auch wenn es in diesem Jahr nicht möglich ist, ein gemeinsames großes Fastenbrechen zu feiern, wollen wir euch dennoch unsere Grüße schicken. Dafür haben unsere Freundin Suat Zensul, der Pfarrer Jens Kölsch-Ricken und der Imam Halit Pischmek ein paar Grußworte an euch gerichtet. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, Mitwirker und Unterstützer des Projektes Mobility. Uns hat schon wieder der heilige Fastenmonat Ramadan erreicht. Um genau zu sein, ist die Hälfte sogar schon rum. Der Ramadan ist der neunte Monat im Kalender der Muslime und in ihm wurde der Koran herabgesandt. Während des Ramadans Fastenmuslime. Das bedeutet, sie essen und trinken von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts. Auch kein Wasser. Das Fasten während des Monats Ramadan ist die vierte von fünf Säulen im Islam und eine Pflicht für jeden Moslem, der geistig und körperlich dazu imstande ist. Das bedeutet, Kinder, Menschen, die krank sind oder gerade krank sind, sind von dieser Pflicht befreit. Auch stillende Mütter oder Schwangere müssen in der Zeit nicht fasten. Wenn du aber fastest beispielsweise und aufgrund einer Erschöpfung es dir nicht mehr weiter möglich ist zu fasten und damit deine Gesundheit gefährdet ist, ist es dir erlaubt, das Fasten abzubrechen. Es ist sogar deine Pflicht in der Zeit. Wenn du während des Fastens vergisst, dass du fastest und etwas versehentlich trinkst oder isst, dann ist auch das dir erlaubt, denn Allah sagt, dann habe ich dir damit eine Erleichterung gegeben. Das bedeutet, du fastest dann einfach weiter, wenn du es wirklich vergessen hast. Abends, wenn die Sonne untergegangen ist, brechen Muslime ihr Fasten. Das bedeutet, sie kommen in ihren Familien zusammen und essen zusammen etwas. Für gewöhnlich wird traditionell das Fasten mit einer Dattel gebrochen. Man nimmt deswegen eine Dattel, da sie in der heutigen Zeit als eine sogenannte Superflut genannt wird, aber auch grundsätzlich imstande ist, den Blutzucker des Menschen zu regulieren und den Menschen damit durch die Nahrungsaufnahme nicht zu über- oder unterfordern. Danach wird gemeinsam das vierte Gebet gebetet und man isst zusammen. Für gewöhnlich geht man danach in die Moschee, betet zusammen oder sitzt nochmal zusammen, unterhält sich und verrichtet seinen Gottesdienst. Ich sage für gewöhnlich, da es dieses Jahr nicht so ist. Aber auch das wird uns nicht unterkriegen. Auch das gibt uns die Möglichkeit, trotzdem zu Hause für uns unseren Gottesdienst zu verrichten. Während des Monats Ramadan versuchen die Muslime, ihren Glauben nochmal mehr zu stärken. Sie versuchen auf Fernsehen gucken zu verzichten und lesen stattdessen den Koran. Sie versuchen ihrem Schöpfer noch mal viel näher zu kommen und die Zeit für sich zu nutzen, um zu sagen, sie versuchen sich spirituell noch mal anders zu erziehen selber. In den vergangenen Jahren konnten wir schöne Fastenbrechen gemeinsam auf dem Katernberger Markt beispielsweise verrichten. Dies ist dieses Jahr leider nicht der Fall. Das können wir dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht tun. Dies ist aber nicht weiter schlimm. Man kann eine gute Tat trotzdem verrichten. Schreib deinem Nachbarn einen netten Brief. Koch etwas Leckeres, setze es ihm vor die Haustür und sag ihm, dass du ihm was gegeben hast. Spende etwas in der Zeit, denn auch das ist eine Pflicht im Ramadan. Man muss die sogenannte Sakat al-Fitr verrichten. Das bedeutet, man speist einen Armen für einen Tag in der Zeit. Überlegt ihr also eine gute Tat und verrichtet sie im Ramadan. Denn dann zählt alles doppelt. Ich wünsche allen Musliminnen und Muslimen, aber auch Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslimen, einen gesegneten Ramadan-Monat. Versucht die Zeit für euch zu nutzen. Findet noch mal zueinander, findet noch einmal zu euch und genießt es einfach ein wenig. Haltet euch nicht mit Dingen ab, die euch traurig machen, denn auch diese werden vorbeigehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Ramadan-Monat, eine schöne Zeit und dass ihr alle gesund bleibt. Ihr und eure Familien natürlich. Alles Gute von mir jetzt aus Mörs. Tschüss! Liebe Freundinnen und Freunde in Katernberg, ihr seht mich hier in der Kalt-Evangelischen Kirche in Jeswalde, zwischen Dochem, Kleder und Schöne Niederheim stehen, ein Stück weit weg in diesem Jahr von euch. Ein ganz lieber Gruß an alle muslimischen Freunde, an alle Mitglieder der Moscheegemeinhaben der Schalker Straße und dem Maybuschhof. Verbunden mit einem herzlichen Gruß für euren Ramadan. In diesem Jahr sind das christliche Osterfest, der Monat Ramadan, ganz nah zusammengehört. Das hängt nicht nur mit dem christlichen und mit dem islamischen Kalender zusammen, die sich im Moment aufeinander zubewegen, sondern auch damit, dass wir in anderen Umständen Passionszeit, Ostern und Ramadan begehen müssen. Bei all den bestehenden Unterschieden zwischen unseren Gemeinden zeigt sich doch eine elementare Gemeinsamkeit. Zusammenkunft mit anderen Menschen, gleichen Glaubens, im Gebet, das sind Grundbedürfnisse, die wir in den Kirchen und den Moscheegemeinden gemeinsam haben. Ich kann im Moment nur erahnen, was es für euch bedeutet, nicht miteinander am Tagebeten und am Abend das Fastenbrechen feiern zu können. Ich erinnere mich an die schönen Zeiten, die wir miteinander hatten, das Fastenbrechen in der Moschee an der Schalker Straße oder das große Fastenbrechen am Katernberger Markt, davor im Jahr in unserem Gemeindezentrum. Die Gemeinschaft, die fehlt uns. Und ich möchte trotzdem, gerade in dieser besonderen Zeit, herzliche Grüße und einen gesegneten Ramadan euch allen wünschen. Dass wir vielleicht in der Ruhe, die uns jetzt zusteht, zusammenkommen und über das viele gemeinsam nachdenken können, dass mehr ist als das, was uns trennt. Dass wir im Namen des Gottes, den wir zwar verschieden benennen, aber dennoch gute Frucht bringen wollen für uns und andere Menschen. Im christlichen Monatsspruch aus dem ersten Gretelsbrief, da heißt es, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und so wünsche ich euch, meine lieben Freunde, eine gute Zeit in schwierigen Zeiten. Ich wünsche euch einen Ramadan, an dem Ende des Festes des Fastenbrechens die Gewissheit wächst, dass Geduld und Gotts Vertrauen letztendlich zum Ziel führen und wir eine gute Gemeinschaft alle miteinander sind. Herzliche Grüße nach Katernberg. Tschüss und macht es gut. As-salamu alaykum, meine lieben Geschwister. Zuallererst möchte ich euch allen einen gesegneten Ramadan-Monat wünschen. Wie ihr alle wisst, der Ramadan dieses Jahr aufgrund des Coronavirus ganz anders als gewohnt. Unsere Moscheen sind geschlossen. Wir können weder das Freitagsgebet noch das Terawik-Gebet beten. Wir können Bekannte und Geliebte nicht zum Iftar-Essen einladen oder sie besuchen. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass diese schlechte Zeit vergehen wird und wir wieder die schönen Zeiten und die schönen Ramadane erleben werden. In der Hoffnung, dass wir bald wieder zur Normalität und zu schönen Tagen zurückkehren können. Wünsche ich euch allen einen gesegneten Ramadan. Auch für mich ist der Ramadan ein sehr wertvoller Monat. Bei unseren gemeinschaftlichen Iftar-Abenden in Katernberg waren wir auf jede helfende Hand angewiesen. Es wurde vorab Dekoration gebastelt, es wurde gekocht, aufgebaut und gemeinschaftlich abgebaut. Jeder hat mitgeholfen, ob groß oder klein. Ein besonderer Moment und eine ganz besondere und berührende Atmosphäre. Vielen Dank dafür und bis ganz bald.